hallo guten abend da bin ich wie geht es euch heute abend ich hoffe euch geht es gut wir hatten freunde hier habt ihr bestimmt schon in der auf der seite gelesen was passiert ist ich bin immer noch völlig geflecht es hat sich jemand freiwillig von mir noch mal schminken lassen ohne dass ich überhaupt angesprochen habe fand ich klasse so jetzt gucke ich hier und möchte natürlich als erstes mein video teilen mit euch auf meiner anderen seite aber irgendwie sehe ich mein video hier noch gar nicht so was noch mal reingehen in die seite gut dauert noch einen moment und dann sehe ich mich hoffentlich oder auch nicht irgendwie komisch warum bin ich nicht zu sehen hallo eigentlich müsste ich schon längst da sein verwundert mich jetzt ein bisschen jetzt gehe ich noch mal schnell zurück so ok jetzt sehe ich mich warum sehe ich mich auf der seite nicht das ist ja komisch nun denn egal es schaut mir im moment noch keiner zu jetzt habe ich so dann gehe ich schnell auf teilen so ich habe euch noch gar nicht verraten mit was wir heute arbeiten wir werden heute arbeiten mit den splurge lidschatten und zwar werden wir mit der farbe rapturous arbeiten und bittersweet vorher werden wir aber mit der baby cream arbeiten und zwar mit drei farben wir werden uns da wieder kontraste setzen jetzt gehe ich noch schnell ins video nein dazu werde ich aber mir erst mal mein schickes haarband wieder aufsetzen weil ich ja diesen pony habe und er fällt so rein von daher dürfte jetzt ein bisschen meinen haar ansatz sehen den grauen nächsten freitag ist es endlich soweit wir starten mit der baby cream baby komm her baby blocksberg die trage ich mir jetzt ganz normal auf wir haben heute wieder pizza gegessen die war voll lecker das gab es bei euch zum abendessen gab es irgendwas was ihr gegessen habt heute abend oder habt ihr gesagt nein heute abend brauche ich nichts heute möchte ich schlank bleiben so ich gucke ein bisschen in den unteren spiegel hinein ich habe heute keinen primer vor benutzt weil so lange muss das make up jetzt was ich jetzt mache ja nicht halten gehe bald ins bett und daher habe ich mir das mal geschenkt und für die splurge braucht ihr nicht unbedingt einen lidschatten einen augenprimer jetzt setzen wir uns das contouring die normale farbe ist biskuit jetzt kommt die helle creme farbe nennt sich auch creme so guten abend lieber unbekannter zuschauer freue mich dass du dabei bist das gebe ich mir hier auf den handrücken auf ohje schon wieder zu viel ich sehe es schon wieder und werde da den concealer ein bisschen einmischen aber nur ganz wenig ich verrühre das natürlich mit hier dem pinsel ende ein bisschen ich trage das natürlich so auf ich habe hier unten noch einen spiegel stehen mit dem versuche ich das heute mal nicht dass ich euch immer die paletten ins gesicht halte so seht ihr ein bisschen mehr guten abend guten abend gabi eine ganz ungewohnte zuschauerin grüßt ich so und weil ich gabi eben sehe habe ich gleich eine idee beziehungsweise ein einfall gehabt ich habe die hunde nämlich noch nicht drinnen die wollte ich eigentlich vorher bevor ich anfange noch rein tun naja passiert so dürfen sie noch ein paar minuten länger draußen bleiben wie gesagt ich setze jetzt wieder diese konturen ins gesicht hinein nicht irritieren lassen das sieht immer ein wenig witzig aus so weil ich hier so ein paar ups ein paar tiefere stellen habe gehe ich auch noch mit dem hellen hinein und ihr seht dadurch dass ich ja mit dem concealer und der bb arbeitet die zieht jetzt schon richtig in die haut rein ich kann dann nochmal nach malen und ihr seht auch wie dringend dass meine haut braucht ich denke hier ist deutlich genug so ich nehme mir das jetzt kurz ab weil jetzt setzen wir uns die dunkle kontur ich rutsche immer so ein bisschen heute aus dem bild raus irgendwie aber das tischbein ist hier gleich neben dran das heißt ich kuschel immer mit dem tischbein so jetzt gehen wir in die dunkle bb hallo lea grüß dich schön dass du auch zuschaust gebe mir die auch auf den handrücken von dieser ganz dunklen brauche ich wirklich nicht viel und wenn ich dann wirklich nochmal nach brauche dann kann ich mir ja immer noch was drauf tun muss kurz die haare nach hinten machen weil wir jetzt hier hinten hingehen nicht dass ich mir noch die haare mit anpinsel so ähm die richtige höhe seht ihr wenn ihr diesen fischmund macht dadurch dass ich so speckbäckchen habe sieht man ob das bei mir nicht ganz so gut aber hier ist die konturlinie zieht das bitte nicht so weit nach vorne geben uns hier oben die kontur noch hier neben an der seite so schaut mal so sieht das jetzt aus und das werden wir jetzt gleich mit den beautyblendern verblenden muss nur das noch auf dem handrücken abwischen sonst habe ich es nachher an der ganzen kleidung hängen ja wenn ihr wollt ihr könnt das gerne kommentieren hier was ich tue oder fragen stellen zwischendrin ich lese das hier nebenan auf meinem laptop dann so jetzt gehe ich hier mit dem beautyblender hinein spritze den mit rosenwasser an damit die feuchtigkeit ähm jetzt hat mich mein mann kurz abgelenkt der zur tür reinkommt damit die feuchtigkeit hier schon mal im beautyblender drin ist damit die nicht zu viel creme aufnimmt was das ist das das ganze mache ich jetzt auch mit der frontseite unter dunklen seite oder mit dem dunklen mit der dunklen bb könnte es auch so ein bisschen drehen ich erkläre immer eigentlich dass man das drehen sollte weil dann die feuchtigkeit beziehungsweise es wird mehr produkt durch dieses topfen in den schwamm eingearbeitet als wenn man das dreht jetzt kommt hier die kontur und hier noch an der nase aber man merkt das auch schon am schwamm wie feucht der noch ist oder was der nach gibt jetzt habe ich kurz gedreht wie ihr gesehen habt wahrscheinlich um hier noch ein bisschen weiter zu arbeiten so jetzt haben wir uns die konturen gesetzt jetzt kommen die augenbrauen dran auf anhieb meinen stift gefunden heute die muss ich aber allerdings so machen blöde ist ich hatte ja vorher noch jemanden hier und dann habe ich noch schnell die pinsel gereinigt damit ich sie selber wieder verwenden können und die sind jetzt noch ein bisschen feucht merkt das jetzt hier gerade beim auftragen aber ist nicht so schlimm ja und wenn es euch gefällt drückt auf gefällt mir hinterlasst mir herzchen es ist immer schön euch zu sehen so überschüssiges produkt nehme ich durch den puli ab und ich verfeinere dann auch die kontur indem ich das wieder ausstreiche und der übergang deshalb nicht so hart ist ganz logisch ne so jetzt setzen wir uns noch highlights das machen wir heute mit dem bruder hier dazu brauche ich diesen wir arbeiten heute hier vorne ein bisschen mit dem weißen hier also ihr könnt direkt hier auf den knochen gehen werde bewusst heute hier nicht highlighten weil das machen wir heute mit dem splurge ein bisschen auf die nase noch die dann immer besonders doll leuchtet und ich setze mir noch ein bisschen mein lippenherz in szene so gut bevor ich jetzt weitermache trage ich mir jetzt schnell noch mein lippenpeeling auf wo bist du was dann zwischendrin einwirken kann shea butter und ein bisschen zucker ist drin und es nimmt die unebenheiten ja es löst praktisch mach nebenbei noch pinsel sauber ja wenn ihr da so hautschüppchen habt oder lose stellen dann nimmt es das auch ab ihr könnt es auch drauf lassen das müsst ihr allerdings nicht machen aber es schadet euch auch nicht so jetzt ja was machen wir jetzt als nächstes lasst mich kurz überlegen ich habe euch ja versprochen heute ist splurge time ich muss noch mal schnell gucken ob der pinsel sauber ist für den splurge genau weil wir vorhin auch mit splurge farben gearbeitet haben wir werden heute bittersweet nehmen ich muss schon wieder so ein bisschen in die mitte rücken und wir werden heute rapsbury nehmen das lila und wir fangen heute mit dem dunklen an nicht mit dem hellsten dazu brauche ich aber wirklich einen näheren spiegel ich gehe ganz normal in das produkt auf ich zeige euch mal ihr könnt den ganz normal sanft und soft verarbeiten also in hell und ihr könnt wenn ihr mehr produkt aufnehmen das auch richtig dunkel haben schaut mal zwei ergebnisse mit einem lidschatten das ist cool und wir wollen es heute dunkel und gehen in die lidschatten falte ich muss nur aufpassen da habe ich schon ein bisschen nebendran gemalt ich nehme nochmal produkt auf für das andere auge so so was ich jetzt noch mache ich gehe hier unten rein verbinde das ein bisschen diese creme lidschatten sind super angenehm aufzutragen da gehe ich jetzt hier mit meinem reiniger pinsel reiniger pinsel mit meinem pinsel sprayer ich nehme hier so ein zewe streiche den aus schaut mache ich dann gleich nochmal und zwar mache ich das dann auch gerne hier auf die auf das zewe auf das zewe drauf um es nochmal richtig auszureiben so jetzt mache ich erstmal wieder den deckel zu und dann nehme ich meinen blending brush und fange an das ganze ein bisschen aus zu blenden so und den unteren teil mache ich hier mit der deluxe brush und verbinde praktisch wieder diesen hier diesen teil miteinander so das ganze mache ich auch beim anderen auge so ein bisschen oben drüber arbeiten so hier gehe ich auch noch mal ein bisschen weiter nach oben hier seht ihr dass das auf dieser seite auch höher ist so jetzt schalte ich euch mal hier nebenbei weg so gut und jetzt gehen wir in bittersweet und tragen uns das von vorne nach hinten auf und nur aufs bewegliche lid so schaut mal ja nicht ja 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 so jetzt verblende ich natürlich auch wieder so ein bisschen wenn ich immer so auf meiner kontaktlinse rum reibe dann verschiebt die sich so ein bisschen so ich habe euch ja versprochen dass wir noch den highlight hier oben hinsetzen und zwar machen wir das auch mit bittersweet und seht ihr was das mit den augen gleich macht macht sie einfach heller größer wacher ich muss nur gucken in welchen fingern ich das immer machen so schaut mal wie gefällt euch der look so oder so sind ja noch nicht fertig wir setzen uns jetzt noch ein lidschatten ach lidschatten ein kajal stift natürlich das ist wenn man vor dem lidschatten sitzt und dann mal und dabei gleichzeitig denkt was mache ich als nächstes und dann passiert es so so die tragen wir einfach auf der wasserlinie auf ich habe das jetzt ganz dunkel gemacht und werde aber jetzt mit dem hellen weiß noch mal über die erste linie gehen dass es heller ist aber nicht ganz weiß so danke gabi super freut mich so jetzt kommt unser ewig noch mir ist er eben aus der hand gefallen und fragt jetzt nicht wie der tisch aussieht muss auch mal passieren oder aber oh man so ewig mascara und natürlich auch wieder die nase getroffen super sache und schaut mal wie lange die wimpern werden wenn man mit den arbeit den setzen muss auch noch nach unten wichtig natürlich ist dass es euch gefallen muss wenn ihr euch selber schminkt ich zeige euch halt verschiedene looks im moment zum beispiel auch dieser dieser bittersweet ich weiß gar nicht ob der noch in den stil sind die es drin ist jedenfalls raptures ist noch drin die bekommt ihr schon für 14 euro im moment und so ein döschen das hält ewig ihr seht ja wie wenig man da eigentlich von braucht auch das ist geschafft jetzt kommt unser großes was machen wir auf die lippe aber das ist heute gar nicht so schwer weil wir werden keinen splash benutzen also splash sind diese hier die matten töne sondern wir werden heute entweder mit diesem seht ihr das seht ihr nicht so ganz gar das ist ein lila ton würde ja zu den lila augen passen oder wir arbeiten jetzt muss ich mal gucken ob das der richtige ist nein das ist nicht der richtige wo bist du ist auch nicht die farbgebung steht eigentlich immer der namen steht immer hinten drauf aber arbeite ich im moment im super dunkeln ich habe nur mein frontlicht gerade deshalb kann ich das nicht lesen aber es wäre er so ich swatche mir die kurz auf die hand das ist der lippenstift der opulenz lippenstift oder arbeiten wir mit einem kuss echten lip stain das überlasse ich euch jetzt falls ich da relativ schnell antwort kriege also der opulenz der lippenstift der hat noch so ein bisschen gold also so ein bisschen schimmerfarbe mit bei und der lip stain ist relativ diamant wenn er abgetrocknet ist welchen wollte das sehen nummer eins oder nummer zwei schreibt doch einfach eins oder zwei kurz dahinter hallo safira währenddessen nehme ich mir jetzt kurz mein lippenkeeling wieder ab so eins oder zwei mädels eins oder zwei für die lippen ich warte noch kurz ansonsten entscheide ich mich selber gut dann wähle ich heute schimmer und glitzer oh schaut mal super heute war ich etwas großzügig mit meinem lippenherz sieht es deutlich ah gabi danke richtig entschieden also wir haben mit dem lippenstift gearbeitet so theoretisch sind wir fast fertig ich nehme schon mal mein bändler ab hier bändler ist ein bisschen schwäbisch das einzige was mir jetzt noch machen ist das ganze make-up noch setten so dass es haltbar ist wenn ich denn meinen großen pinsel finde und den stecke ich mir eigentlich immer in die tasche hinein ah ja genau da ist er setting powder wie gesagt ihr habt ich muss das noch mal kurz nach hinten machen ihr habt auch die bb cream die wir jetzt aufgetragen haben die glänzt so ein bisschen und damit nehmt ihr praktisch dieses ganz glänzende von euch weg so dass es nicht aussieht wie eine speckschwarte so fertig wärme fertig 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 mit einem lila look heute das flech splurge ich komme immer durcheinander wir haben den splurge bittersweet und rapsbury auf den augen und einen geilen lippenstift den schreibe ich euch nachher in die kommentare bzw ich kommentiere euch alles nochmal was ich verwendet habe ich danke euch fürs zuschauen es gibt dann glaube ich noch nachher einen vorher nachher look damit ihr auch sehen könnt wie vorher aussah und dann wünsche ich euch heute noch eine gute nacht ich gehe jetzt in die fotos und wünsche euch morgen einen schönen tag bis morgen